ARD Text im Auftrag von Funk Hier wird unser Lieblingsplatz. Ist die auch mal wieder da? Ja, die ist auch wieder da. Die ist wieder da. Sollte ich mit dir reden? Hi. Hey. I don't have to space to talk anymore. I feel that the eyes between us have broken. Ah, okay. I guess it's thanks last night. Hey. Did you make at home safe last night? Yeah, absolutely. Why? If it's okay with me, I'm all... Yes. Thank you. But there's nothing to rant about at this point. It's too late. It's too spät. I don't think there's anything late about talking to someone about their struggles. Okay, die wollen jetzt über die Probleme reden. Nein. Es ist zu spät. Es tut mir leid. Es ist genug. Und ich halte nicht drüber zu reden. Bitte vergib mir. Sure. You've seen my times already. Ich bin sicher, du hast mich sehr oft gesehen. Alter Sunny. Ich kreuzchen mit mir gemacht. Oh. Ladebildschirme. Hat so viel passieren? Ja. Das ist aber das Schlimme. Ähm. Train at this time. Hm. Okay. I keep it right. Ich weiß es mir in den Kopf. Okay. Nee. Er wollte reden. Er dachte so nach dem Motto. Ja. Nee. Wir haben jeden Abend sitzen wir hier. Beide. Und. Da sitzt ja noch jemand. Ich kann nicht. Schade. Aber ja. Sie will nicht über die Sorgen und Probleme reden. Ach. Wir setzen uns wieder hin. Wehe. Da ist eine Fliege in meinem Gesicht. Ich trinke jetzt mal lieber nichts. Ich traue dir den Frieden nicht. Alter. Was zur Hölle? Was ist die kleine Mädchen hier? Ich traue dir den Frieden nicht. Das Kind sollte hier so spät nicht rumlaufen. Vater? Ich bin nicht dein Vater. Ja. Du siehst anders aus. Du gehst wieder zurück zu deinem Vater. Oh. Deswegen. Ich kann mich nicht erinnern wo mein Vater ist. Cicade. Ich sah auf dem Wind. Okay. Da ist so ein Fliege hinterher gerannt. Oder was das war. Und nein. Nun hat sie Angst. Nun kann ich alleine zurück. So. Could you please come? Okay. Wir sollen mitkommen und den Vater finden. Okay. Wir suchen den Vater. Lass mich ran. Der am nächsten Raum. Woher kommt denn? Kommst du? Ja. Das ist etwas, was ich dir erzählen muss. Was ich dir sagen muss. Was denn? Ich habe vergessen, wie mein Vater aussieht. Ist das irgendwie schlumm? Ist das möglich? Ich denke, es ist, weil du siehst. Mein Vater sieht aus wie jeder mittlere Alters-Typ. Toll. Du musst auch wissen, wie dein Vater aussieht. Das kannst du doch nicht vergessen. Du vergisst auch nicht, wie deine Mutter aussieht. Das war, äh, mein Vater. The only way is to talk to the one that looked like my dad. Okay. Na, komm mit. Ist das der hier? Mittleren Alters? Ah, könnte er sein. Entschuldigung. Entschuldigung, Sie zerstören. Kennst du das Kind? Was? Äh, ich weiß nicht. Okay, er ist es nicht. Er ist es nicht. Kommt, dahin muss noch einer. Echt, jeder hat immer zugetruft Papa. Irgendjemand wird schon antworten. Hallo. Kennst du das Kind? Do you happen to know this girl? No. Warum? Sogar sie noch ihren Eltern? Er, she said, she's here. Sie sagt, sie ist hier mit ihrem Vater. Was hat sie hier mit dem Kind? To be here alone. Ja, sie sollt ihr nicht alleine sein. Was ist falsch mit den Leuten zur Zeit? Weil, ne, viel Glück. Von Jugend. Hilf uns ja nur nicht, Junge. Hilf mir nur nicht. Da steht noch jemand. Komm. Alter. Entschuldigung. Äh, es ist übrigens so schön. Kennen Sie das Mädchen? Nein, tu ich nicht. Ich dachte, sie wären ihr Vater. I saw her sleeping next to you. So weit. Die meiste Zeit. Das ist das seltsame, so was ich seit langem gesehen habe. Haha. Das ist nichts lustiges dran, Arschloch. I think I'm doing this. Okay. Der ist es anscheinend auch nicht. Toll. Der Zug ist diesmal länger. Kann das sein? Der hat mehr Waggons. Entschuldigung, kennen Sie das Mädchen? Nein. Äh. Dann dreh nicht mit mir. Ihr Vater ist nicht im Zug. Das ist ganz ehrlich, dass der Fall, der sie alleine gelassen hat. Ähm. Nein, warte, 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 warte. Scheiße, ist die schnell. Guck, was ist mit dir los? Bleischuhe anrennen. Guten Tag, mein Kind ist abgehauen. What the fuck? Alter, wie schnell ist die kleine? Jo, die Tür geht so wahr, klar. Ist das die letzte Tür, wo ich nicht durchkomme? Ja, da ist die Frau, das ist die letzte Tür, wo ich nicht durchkomme. Wo ist die hin? Da ist der. Warte. Ja, Leute sind weg. What the fuck? Fuck what? Bist du mich verarschen? Hä? Das ist meine Haltestelle. Ich glaube, ich bin immer noch gestresst. Träume werden echt seltsam. Manchmal. 26.7. Junge, es wird nicht besser. Vielleicht sollst du kündigen und den Arndtrups suchen. Wie werden das? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich werde abends schon noch eine lange Nacht machen allgemein. Einfach dann irgendwie Videos gucken. Schöne klassische Halloween-Filme. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Wie hieß denn der Film mit den drei Hexen? Halloween Town? Nee. War das Halloween Town? Ich muss erst mal gucken. Ey, die Toiletten sind creepy, ne? Ich meine, die sind, ähm, schlecht. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich will nicht hochgucken. Hallo? Da läuft jemand rum. Wir sind. Ja, ist da. U� Hab siehst inspeln. Wie? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh, das ist heller. Ich hab mir mal vorgestellt, dass da noch ein Käfig drum ist. So, und dann so ein Automat von mir zu ziehen. Oh. Ein Foto an dem Tiergehege, oh Gott. Ja, wo soll ich mich jetzt hinsetzen? Dort, wo die war, oder was? Ne. Ah, soll ich mich hier hin? Okay. Mein Raucher wird wirklich zu einer ausgesterbenden Art gehören. Ist ein cooles Bild. I like it. Auch ein cooles Bild. I don't like it. Ich hab mich jetzt irgendwas angereicht, ne? Ich, ich schreit zurück. Ich schreit so was von zurück, wenn mich irgendwas angereicht. Ich mach hier, ich mach hier. Was geht hier vor? Blackout? Irgendwas ist mit dem Zug nicht in Ordnung. Spät haben wir's. Zwei Uhr? Das hat die normale Ankunftszeit verpasst. Okay, wir müssen mit dem Zugeschaffner reden, also mit dem Lokführer. Befürchtet böse Dinge. Äh, ich möchte anmerken, dass das Lichtszenario richtig geil ist. Das ist richtig gut. Was ist Eis? Was ist denn das? Ein Eis aus Möhren? Ah, nee. Voll nie. Wie? Komm, jetzt passiert jetzt aber schon wieder irgendwas. Was? Was passiert jetzt? Hau auf. Hau auf, hau auf, hau auf, hau auf, hau auf. Hinter mir. Hä? Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Da ist kein Problem. Ähm. Da ist ein Problem. Es fühlt sich richtig weird an, in einem Fahnenzug rückwärts, also zurück zu gehen. Hier ist das Eis. Das ist komischer. Da war was. Ich wusste es. Das ist dritte... Warte mal. Das ist doch unser Sitz. Also da lag doch dieses komische Zeug. Wie? Wie? Was ist falsch? Kannst du nicht sehen, dass der Zug irgendwie komisch ist? Sie. Wie? Wie? Ich war vorne beim Zugführer, aber die Tür ist zu. Kannst du so ruhig bleiben? Was hast du gehört? Wie? Was? Ich kann dir nur helfen, wenn du die Stimme, die natürliche Stimme der Welt hörst. Was? 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 So bitte. Sag mir. Was ist hier? In der Ort in der Wunderschöne Sie hören... Was doch hören? Tempelglocken Tempelglocken Hä? Start over Hä? Ich weiß nicht was ich vorher will. Ich höre die Tempelglocken. Ich hätte auch gesagt. M Wald. Ich höre Wald. Erste Waggon. Wald. Seaside. 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 Festival. Okay, warte mal. Beginn im fünften Waggon. Schreibe ich mal auf. Zikaden ist das letzte. Zikaden ist das letzte. Jude. Wie noch fest. Oder? Der dritte Waggon ist Meer, Wasser. Ja, Wasser, definitiv Wasser. Hier ist sie, Moment, hier war die Tempelglocken. Hier ist sie, Moment, hier war die Tempelglocken. Das war die Tempelglocken. Das war die Tempelglocken. Das war die Tempelglocken.